Ich rase hier auch richtig schnell lang. Absatz D Pixelmon Absatz Erz Amazenta ist im Ultraforest-Biom aufgetaucht. Ja. Absatz D Pixelmon Absatz Erz Sazian ist im Ultraforest-Biom aufgetaucht. Ja, nochmal. Ich geh jetzt mal pinkeln. Wir wissen's. Ich geh jetzt mal pinkeln. ... ich geh jetzt mal pinkeln. Ich geh jetzt mal pinkeln. Jetzt mal pinkeln. Ja, hier hat's grad so gegen yours gefallen. Wir reden uns die ganze Zeit schon. Ist ein roter Mod. Und nichts neues. Ich gehe jetzt mal pinkeln Ich gehe jetzt mal pinkeln . Jetzt mal pinkeln. Jetzt mal pinkeln. Pinkeln pinkeln. Pickeln. Pickeln Ich bin blind. ich habe mich eben schon gut auf level 42 ich hab dich taub sie dich in taub sie attackiert gut auf dem level 3 ich hab ne ultradieps ultradiep seapickel geholt. gut. warum noch nicht? ja mal pinkeln. ja mal pinkeln. ja mal pinkeln. ja mal pinkeln. hey des doldre pforte. das mag nein. ja mal pinkeln. sehen sie sich genau wie. sehen sie sich genau wie. doch bestimmt, ich geh gleich einfach rein und pflanze rein, das ist schlimm hier. was ist das hier für ein riesengroßer platz? ist das einfach nur wasser? das ist wasser. ich finde schön wie dir das null hilf hier auszufinden an welchen orten sein muss. ja ne. das wird bestimmt funktionieren. ich geh jetzt mal pinkeln. ich geh jetzt mal pinkeln. ich geh jetzt mal pinkeln. oh der hat auch mal den schild. die ganzen pokemon fallen hier runter. gut. du bist also verarmt. du hast einfach so rechts neben mir gesagt. nett. oh wir gewinnen halt. du nennst du wir gewinnen? gewinnen gegen das cesurio. das ist noch ein bisschen mehr. du hast ja mein sohn. 2-Metal-Mantle habe ich bekommen. Ents. 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 Ent man. Oh oh oh! sich abgemacht! Ultimate Ninja Store Speer Composer Jakai Fukuda Dr. Stone Composer Okay, war wer anderes gut, zwei Galar-Alarms roher Schwarzglanzstein okay warum durfte der zwei auf einmal treffen kann halt was für eine Attacke hätte benutzt ich hab keine Ahnung, das kann man hier schlecht verfolgen ich finde schön, wie mein Problem sieht, wo da einfach noch steht never quats, Erz ja, wow ach, ich bin dämlich ich finde das so gut, wenn es nicht funktioniert mit Puppen und Fangen und der dann einfach nur so, du bist also verarmt ich bin dämlich ich sehe jetzt erst, dass da links an der Leiste die Farben andeuten, in welcher Fall die gefangen sind ja ich bin dämlich und ich habe gerade zwei Ziegelbriefe bekommen okay, Ultra-Pforte warum funktioniert das nie? und dann ist die zu ja das hätte gepasst wäre ich hier raus gekommen leider bin ich noch hier und deswegen passt das was sie nach kommt gut nämlich das das ist engel er kommt zurück um ist hier ständig dunkel kann ist das für ein schneller fisch guter fisch jörg ladiantri mit nahkampf direkt gewohnschottet ich konnte es nicht fangen so du bist also verarmt exoprimal hier haben wir schon schön dass wir ein level 20 gattetal sowie auch ich meine ja das erste pokémon das man umgebracht hat ist schon recht radikal gibt es mit der theorie eigentlich zu dass man das warum nicht keine ahnung so tot ich wollte gerade fragen ist das ein new tour aber das ist einfach nur das ist einfach nur wieder die weiterentwicklung von gladiantri aber diesmal mit fünf stern das ist mit der musik der 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 so ist Du bist also verarmt. Warum kam der jetzt gerade ohne Grund? Du bist also verarmt. Hey, der hat hier sein Pokémon Gedynamics. Wie hat er das gemacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man das macht. Lerke, geiler TM? Geil. Toll, die haben verloren. Und ich wurde trotzdem noch besiegt, obwohl der schon besiegt wurde. Ja, vielen Dank. Hier fliegt ein Lunastein rum. Der Bart ist nur tot. Gut. Hier sind zwei verschiedene ähm Waldorfische. Aber jeder blieb jetzt. Ah, komm! Du hast die Hubschrauber wieder undertrakend gehört. Etwas!! Das ist wunderbar. Sehen Sie sich genau die. Sehen Sie sich genau die. ich bin vor meiner reise zurück mein flug hochwohnheit sich wenigstens schon voll entwickelt ich bin grad so ein bisschen am grinden von warum sagen die fucking redrums mögen die shining oder mögen die den fucking redrum genau was soll die redrums sagen und sagen die das ich denke du wärst was ein redrum ist oder ja hey da war ein aloha aloha lola maozi warum gibt es eigentlich mehrere versionen von maozis maoz genau es gab dann auch nach aloha direkt schon wieder eine maozi form ich weiß nicht wieso weil maozis ikonisch ist ne doch äh da war greifst du es aber maozis war das einzige pokémon das team rocket von anfang bis ende hatte ja aber der war ja eher ein typ ich wollte das hier nicht anzünden auf es ist fucking guck mal da das hier reinkommt sich unsere sachen angeguckt und dann abhauen es denkt sich halt guck mal da guck mal hier ich mag das mit den items hier nicht wenn man aus kämpfen items kriegt dann sollte man das so machen dass die kann den notars wegnehmen das auch aber ich meine halt dass die in gesto dass die wenn du die droppen lässt dass die nicht getroppt werden und was willst du mit dem gut willst du mich pflegen ich bin über dir direkt ach da guten tag ist nicht das kann scheine anders aber anders fange ein pokémon schöner in rosa einfach wie der tag bestimmte anzahl ok kannst du vielleicht fliegen doch du der gesellige kann leider nicht fliegen der droht warum ist warum kann das pinke dodo nicht fliegen der gesellige warum heißt das pinke dodo der gesellige weißt du was der nachteil ist beim pflegen du kommst hier nie wieder runter ich versuche in einem der wasserteile hier zu landen ich kann leider nicht einfach so schiff machen ach du hast es stimmt viele leute binden ja das gar nicht um ich hab das ja auf strg gebunden ich hab gesagt das jetzt Hallo, Patinagaha. Patinagaja. Patinagaja, ja. Die kämpft da ganz gegen so'n, wie hieß dieses Kupfer-Elefantenfiecher nochmal, keine Ahnung. Fand die, das ist die Vorentwicklung. Ja, und plötzlich kommt das da direkt in mich reingelaufen. Äh, ich will zwei T-Tier-Blöder machen. So ungefähr, ja. Gut, ich hab hier zwei Vorentwicklungen von Beifu-Pflanzen-Pokemon gefunden. Gossalie? Nein. Welches Vorentwicklung von Beifu-Pflanzen-Pokemon? Einmal das mit den Beinen. Äh, das, was auch ein Herrscher-Pokemon in Legends Asius ist? Ich hab keine Ahnung. Dass es tanzt? Nein. Obwohl, ich denke, ich kann ein anderes Pokémon, kann sein, dass ich kann ein anderes Pokémon denken. Und? Und das andere aus Generation 5. Okay. Der Seller. Ja, aber wie gesagt... Ah. Wie gesagt, ich habe jetzt gerne aufhören wollen. Ich kämpfe gerade gegen Minon. So. Was passiert, wenn ich dich per Kommand umbringe, wenn du kämpfst? Lass es sein, ich muss hier kämpfen. Ich finde übrigens schön, dass wenn Minon die, äh, das Schild hier verliert, dann einfach gesagt wird, so, du bist also verarmt. Gut. Ich finde, man sollte mehr XP bekommen, wenn man gegen Pokémon gewinnt, als einen Type-Advantage hat. Für dich kein Mino. Aber halt... Aber halt natürlich auch nur, wenn man nur mit einem Pokémon in dem Kampf kämpft. Ah. Flüssen! Glaubst du, es gibt Leute, die haben nur Pixelmon gespielt, aber nicht Pokémon? Das käme dämlich vor. Ne. Halt Leute, die einen PC haben, aber halt nie eine Nintendo-Konsole kaufen konnten. Hans von Tutor? Oder in den Klästen. Was ist ein Transfer-Tutor? Was ist ein Transfer-Tutor? Ja gut. Guten Tag. Ich würde mal sagen... Graub begreift mich an. das ist ein typ typ ich weiß ich habe jetzt sagen ach so du kannst du kannst du eine attacke lernen im gegensatz zu materialien ja das ist doch genau dasselbe was man schon konnte oder nicht bei anderen tutoren wo bist du hin zu der sandburg hier ja ich würde sagen ich will sehen was da drin ist oh gott da musst du mit diesem dämlichen taurus hier warum laufen ist nein doch die vorentwicklung aber ich würde nein es ist nicht bei mir schon das flummeln ach stimmt das war günthor günthor war das den hole ich mir was mit okay aber letzte sache von diesem spring warum machst du das okay obwohl das hätte ein höheres level warum ist keine musik mehr da gut ist das halb tot startet ich glaube du kannst dich am anfang ja wenn du das da stehen hast kannst du dich glaube ich direkt groß machen habe ich aber jetzt nicht ja gut jetzt ist die energie um dich herum gut roter blitz ist das denn nachfolger von rotterdam es gibt roter blitz und platinos das ist platinos das konferno das ich in platin hatte das für meine seite gejubelt wenn die das schild da bitte weg machen wenn es ein legendäres pferd pokémon gibt nimmst du das dann adonis so du bist also verarmt ja der ist adonische pokémon reentwicklung von dem pampoli der pokémon hat sich von der ohnmacht erholen ich glaube das wird immer noch nichts tun warum steht das da wenn das nicht wieder kommt guck zu bitte warten steht hier kannst du was drücken nö ob du kannst was drücken und fußes nur nicht nö ich kann nix drücken da ist ein riesiges kampist du dort rechts kämpft gegen blackboard wir haben doch jetzt gleich gewonnen denn ich hab' doch mal an bitte warten wir warten und wir warten und wir warten oh Gott wie ist da auch, wie dämlich der aussieht ey warum wurden mir hier jetzt gerade Sachen geöffnet ich fang das ich auch versuch's nichts so, du bist also verarmt das hat nicht funktioniert warum hat sich bei mir gerade mehrere Sachen geöffnet keine Ahnung aber ich würde mal sagen ihr könnt ihn wie immer auf YouTube Twitter Twitch Onlyfans Pornhub N Hentai äh Hentai Haven Fakku äh Freds Instagram Keine Ahnung Mastdarm Keine Ahnung finden und sogar wenn braun wie rot erscheint ist grün immer noch blauer als orange sehen Sie sich genau die ich wäre lieber gerade ganz woanders Plakette an ein 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 ein